Herzlich willkommen auf dem Kanal von speedclipping.com. Heute zeige ich dir, wie du ganz einfach Vögel in Bildern hinzufügen kannst. Heute geht es darum, aus diesem schon sehr sehr guten Bild noch etwas Besonderes zu machen, was so in der Realität zu fotografieren sehr sehr schwierig wäre. Wir wollen nämlich ein paar Vögel hinzufügen und das ist super einfach und geht ganz schnell und du kannst es natürlich auch für jede mögliche andere Art von Bildern anwenden. Häufig bei Landschaftsbildern funktioniert es auch sehr sehr gut, einfach noch die Vögel so als besonderes etwas hinzuzufügen. Und dafür brauchst du halt das Bild, wo du die Vögel im Endeffekt einfügen willst und ein anderes Bild, wo du halt einfach irgendwie ein paar Vögel fotografiert hast. Du kannst auch ins Internet gehen und hin gucken, einfach nach Vögel und dann darauf achten, dass du aber ein Bild aussuchst, was halt copyright free ist. Und dabei ist es vollkommen egal, ob hier wie du hier siehst, der Hintergrund was vollkommen anderes ist. Und das Bild kann auch geringer aufgelöst sein, weil normalerweise sind Vögel ja ohnehin ziemlich klein irgendwo zu sehen. Du siehst hier in diesem Fall, sind die Vögel eine fast vollständige Silhouette, aber du kannst natürlich auch ein Bild nehmen, wo die Vögel sehr sehr gut mit allen Details zu sehen sind. Das erste, was wir jetzt machen wollen, wenn wir die Vögel von dem Bild in das andere bringen wollen, mit Hilfe des Lasso-Werkzeuges, das du mit L aufrufen kannst, dir einfach eine grobe Auswahl von dem Bereich, wo sich die Vögel zu befinden, zu erstellen und dann mit V das Verschieben-Werkzeug und dann schiebst du die Ebene einfach eher auf dein anderes Dokument. Du siehst, dieses Dokument ist deutlich kleiner, die Vögel sind auch deutlich kleiner, aber es ist kein Problem. Ich skaliere es mit STRG und T erstmal ein bisschen größer, damit es jetzt auch besser ist, es anzusehen. Und was wir jetzt machen, wir brauchen eine Auswahl von dem Bereich außerhalb der Vögel herum, weil ich muss dir vorstellen, der Vogel selber hat so verschiedene Farbtöne, während der Hintergrund wirklich mehr eher so in so orange-rötliche geht. Und das ist ja die einfachste Möglichkeit, wenn wir so einen relativ einfarbigen Hintergrund farben. Das gleiche jetzt natürlich auch, wenn du die Vögel von einem blauen Hintergrund fotografierst. Du gehst, achte darauf, dass du die obere Ebene ausgewählt hast, auf Auswahl, Farbbereich und kannst dann, wenn du hier auf dieses linke Pipetten-Nymbol klickst, einen bestimmten Farbbereich auswählen. So, und hier, wenn du auf Auswahl-Vorschau klickst, kannst du jetzt dir beispielsweise anzeigen lassen, was bereits ausgewählt wird. Ich finde Grausstufen ist eigentlich immer das Beste, weil da wird wie mit ebenen Masken gearbeitet, das heißt, weiße Bereiche werden ausgewählt, schwarze Bereiche nicht. Und wenn du die Steuerungstaste gedrückt hältst, siehst du hier unten im Vorschau-Bild auch nochmal dein ursprüngliches Bild in Farbe. Wenn du jetzt siehst, okay, das sieht schon mal ganz gut aus, ich möchte aber noch mehr ausgewählt haben, dann kannst du hier auf das Plus-Symbol klicken und damit dann das Pipettenwerk zusätzlich auswählen oder mit gedrückter Shift-Taste hier weitere Bereiche hinzuklicken, jeweils die Farbbereiche, wo du ins Bild klickst. So, wenn du jetzt zu viel ausgewählt hast, kannst du mit gedrückter Alt- bzw. Command-Taste die Bereiche wieder nicht mehr auswählen. Aber wir wollen hier natürlich wenigstens viel ausgewählt haben. Acht darauf, dass du hier so kaum graue Bereiche noch hast und die kannst du jetzt auch hier weit noch mit dem Toleranz ein bisschen weiter anpassen. Ich würde dafür empfehlen, nicht über 100 zu gehen, weil du siehst, dann werden hier die Vögel teilweise ein bisschen transparent und auch mit dem Bereich kann man rumspielen, je nachdem, wie weich die Kante sein soll. Das ist für uns aber eher weniger relevant. So, das sieht hier jetzt schon mal ganz gut aus. Vielleicht den Bereich dann noch. So, genau. Bestätigen das Ganze mit OK. Und haben jetzt hier einfach eine Auswahl. Du siehst, es wurden hier auch andere Bereiche ausgewählt. Das ist für uns aber irrelevant, weil wir uns ja nur auf die Ebene darüber fokussieren. Jetzt klickst du auf das Ebenenmasken-Symbol und du siehst, jetzt wurde hier die Ebenenmaske angewendet, aber natürlich genau andersrum, als wir wollen. So, und wenn wir jetzt die Maske invertieren wollen, achte darauf, dass du das Ebenenmasken-Symbol angeklickt hast und dann mit STRG-I, tadaa, haben wir jetzt die Vögel im Bild. Du siehst, es ist jetzt hier noch der Rand da, aber das lässt sich ganz einfach beheben. Du nimmst einen Pinsel mit einer weißen Vordergrundfarbe, also B rufst den Pinsel auf, größere Härte, weil wir hier wirklich nur die Kante auswählen, Deckkraft von 100% und, nein, das ist schwarz-Vordergrundfarbe. Malzen die noch einmal rüber und siehst, tadaa, jetzt sind nur noch unsere Vögel da. Hier oben fehlt vielleicht noch eine kleine Kante. Und du kannst jetzt, wo du direkt schon im Pinsel bist, wenn du denkst, ach, das sind viel zu viele Vögel, ganz einfach, zack, die hier noch entfernen, beziehungsweise hier auch in der Mitte, ganz wie du willst, weil wir haben ja eine Maske. Und manchmal kommt es vor, dass wenn man jetzt einen Hintergrund hat, der blau ist beispielsweise, dass hier die Farben von den Vögeln nicht 100%ig passen. Dann möchte ich dir kurz noch einen kleinen Trick zeigen, wie du das beheben könntest. Dafür musst du die Hintergrundebene duplizieren mit STRG bzw. COMMAND J. Dann schiebst du diese in den Vordergrund. Jetzt siehst du, verschwinden die Vögel wieder. Aber du musst den Ebenenmodus auf Farbe wählen. Dadurch werden nämlich dann nur die Farbtöne auf die drühen unterliegende Ebene übernommen. Hier ändert sich nichts, weil es ja genau die gleiche Ebene ist. Und nur hier, die Vögel werden dann halt mit dem gelblicheren Ton vom Himmel so ein bisschen überblendet. Wenn du meinst, ja, die Vögel da passen mir noch nicht, kein Problem. Mit V kommst du ins Verschiebenwerkzeug. Und dann kannst du hier, wenn du die Ebene ausgewählt hast, die Vögel verschieben, wie du möchtest. Du kannst natürlich auch mit STRG größer machen oder kleiner, ganz wie du möchtest. Mach sie lieber kleiner. Was sich dann noch anbietet, wenn die Vögel ein bisschen weiter weg sind, die Deckkraft von der Ebene ein bisschen zu reduzieren. Weil in weiterer Entfernung hat man ja immer schon so ein bisschen Diesigkeit, so Wolken mit drin. Und die werden dadurch so ein bisschen simuliert. Und es wirkt einfach ein Ticken realistischer, wenn die Deckkraft nur 80, 70, 60 Prozent beträgt. Je weniger, je weiter sie weg sind. Und dann kannst du dir natürlich auch noch überlegen, wenn du hier so einen sehr, sehr unscharfen Hintergrund hast, ob du vielleicht noch mit einem leichten Weichzeichner über die Vögel rüber gehst, damit sie sich noch besser anpassen. In meinem Fall, denke ich, muss man das jetzt aber nicht machen. Wir können jetzt gucken, wo sie ganz gut passen. Vielleicht da oder hier. Wirklich vollkommen freie, deine Entscheidung. Ich finde, das sieht, ich schiebe sie noch ein bisschen rüber, einfach weil ich mir denke, da hat man hier so ein bisschen Blickführung auf die beiden, wenn man von hier oben ins Bild geht. Genau. Und du hast gesehen, das ging sehr, sehr schnell. Sehr, sehr einfach. Ich hoffe, das Tutorial hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.